Ein Spielzeugauto wurde geortet. Unverzüglich hinfahren. Verstanden. Wow! Es ist da drüben. Du nimmst diese Seite. Sieht ziemlich schwer aus. Los geht's. Dieser Ort ist riesig. Glaubt ihr, wir können ihn finden? Hört sich nach Menschen an. Schnell, beeil dich. Mach langsam, okay? Sei vorsichtig. Ah! Ah! Mir ist so schwindelig. Hey du! Wach auf, mein Freund. Du hast es geschafft. Was? Oh! Wo bin ich? Wo bin ich? רים.